Äh, fürgewöhnlich packe ich immer Untertitel in meine Videos oder Texte, die den Charakter über den Kopf folgen, damit auch die englischsprachigen Zuschauer verstehen, was gesagt wird. Vermutlich hat sie in den Toaster gerätet oder sowas, bin mir da noch nicht ganz sicher. Da ich bald im Hinterkopf, dass ich Commentary Captions aktivieren werde, sollte jemand das Bedürfnis haben, sie verstehen sie wollen. Verkauf. Ey, Malti, wer? Ich oder Jeremias? Mit wem würdest du was anfangen? Was? Mit wem würdest du eher was anfangen? Mit mir oder mit Jeremias? Ja, findest du. Sprech dich doch. Ach, was? Oh, nicktamea, Lassaro. Shut the fuck up. Ich gebe den Tipp, ich gebe den Tipp, sie darf dieses Spiel noch nicht spielen. 15. 16. Nein. 14. 13. Nice. Nice. Alter, sie wird 14, sie wird 14. Nice! Also, jetzt, jetzt hört... 17. Lass mich doch kurz finishen, ja? Boah! Malti, nicht, nicht masturbieren! Ach, sorry, es geht schon los! Scheiße, wie geht es los? Wir lieben alle Katzen. Ja, und... Aua! Mach's wie ich! Mach's wie ich! Sperr deine Katzen aus! Ich weiß, was verkackt ist das. Komm, wir schaff das! Lockdreiß! Ja! Nein! Ich werde mir Sorgen machen! Sie hat... Mann! Sie hat mein Glück! Bitte sehr! Sperr! 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 Ja, aber meines schneidest du immer raus. Weil du oft nichts Interessantes sagst. Ja, aber was soll ich denn Interessantes sagen? Ja, Meiti, ich rede mal über Schwangerschaften. Genau. Schwangerschaften. Es ist Schwangerschaft. Du hast Schwangerschaften. Wann lass du es erst mal schwanger, Meiti? Was Meiti bitte haben kann, kann ich besser mit der Scout. Meiti? 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 Nein! Das hat mir braun gekauft. Nein, ich ne erst mal die Wand. Danke, Meiti, das kommt definitiv rein. Jetzt, du möchtest, so kommst du die Aufnahme. Äh. Keine Ahnung, was Karos gemacht hat, aber er hat es nicht richtig gemacht. Also, ich wäre dann wieder in AFK-Bereich. Ja, ja. Mach das. Danke. Kein Ding. Ciao. Ciao. Ich liebe dich. Wow. Das war traurig. Das war englisch traurig. Oh, Inhuman-Reactions. Super. Mir geht's Spaß. Die kürzeste Runde meines Lebens. Nero-Sex-Tape Nummer 3. Ach? Mach auch rüber trauenfeindlich. Oh, die lacht ja wie ich. Wie so ne Eule. Wie so ne Eule. Hahahaha. Ach, lass ihn mir mal einladen. Oh, time to get a legate. I am truly, truly very gay. They call me a lesbian and I left a dead way. Ich kappen. Ich kappte mein 13-Jähriger. whenever die lacht ja wie geht. Sie findet es lustig. Nun, ich kappte mein 13-Jähriger. I am truly, truly very gay. They call me a lesbian and I left a dead way. Okay, ich kappe. Sie-Steam-Profil. Ich muss das mit den Squish-Off zu nehmen. Sorry, yeah, yeah. Hello? Ich finde es nebenbei gesagt sehr interessant, wie viele Leute das gleiche unter einem Video posten, das ich gemacht habe, in der Hoffnung ich würde bei denen irgendwas mitmachen. Dabei würde ich das nicht. Hört auf, hört auf damit. Ihr kennt doch dieses Schwein von Catoons, oder? Von diesen Wachs-Bunny-Charakteren. Ich bin wie dieses Schwein, nur am Stottern. Ich mache das Fenster zu. 360, no Spray. Falls jemand fragt, ich habe kein Leben. Ich habe auch kein Leben. Da sind es schon mal zwei, süß. Alter, ihr solltet zusammenkommen. Nein, Martin hat schon mal. Na ja, irgendwie was heißes Maul. Cockblock. Ohne Scheiß, verbrannt, Alter. Was? Was? Ja, du bist schon mal ein bisschen dumm. Bei uns ist gerade gleichzeitig die Munition ausgegangen, was willst du? Okay, ich werde nicht so was machen, mein Bruder ist ja auch noch da. Wieso hat irgendwie jedes 13-jährige oder zufällige Mädchen einen Bruder? Jedes Land höchstens ab 14, ähm, japan, ab 13. Alter, woher weißt du das? Hast du das jetzt gegoogelt, oder was? Ob ich das schaffe? Ich habe nicht geglaubt. Tick, tick. Ich mache dich kurz wieder leiser, weil es ist praktisch zu sehen, nur komische Geräusche, die sich von sich gibt, mit denen ich nichts anfangen kann. Nein, 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 ich fern würde mich gerade über meine Katze, diese niederfühlt ist. Sag dir doch, ich verstehe kein welchen Wort. Ich habe eine Katze. Ja, jetzt können wir oben auf dem Ab... Triggered. Yuki. Nice! Voll los. Das ist doch. Der ist durch Suizid gestorben noch. Der Kill hat den ersten nichts gebracht, der Kill wurde ihm nicht abgezogen. Er hat 13 AP. Er hat 23 AP, glaube ich. Du hast nichts. Bitch. Ich habe das. 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 Oh, du bist so... Oh, du bist so... Oh, mein Gott! Sie ist so... Oh, mein Gott! Das war so ein Reflex, ich dachte, was du gegen das. Sie ist weg! Dann, du kannst das auch nicht mehr. Dann, du kannst das auch nicht mehr. Boah, irgendwie hast du da, ist einer. Oh, mein Gott, du bist so... Oh, mein Gott, du bist so... Alter, bist du lach, doch... Obli, 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 obli! Ah, hast du das, also... Gebrücken? Damit ist ein bisschen besser. Danke. Es geht mir, sollte ich sogar ein bisschen besser. Sauber-loft-connection. Das ist besser. Nu, Nu kam auch rein. Boah, ich glaub, das ist ein Stadion, da kann man die Erburt noch mit der Hand. Stimmt schon, aber das für sehr ewig da rumt. Das ist eine Mitteilung an alle Möchtigen Horror- und Psycho-Clowns. Habt ihr es wirklich nötig, euch hinter einer Maske zu verstecken und Menschen damit zu verletzen? Das ist doch eine Nullnummer. Clowns sind dafür da, um Menschen glücklich zu machen und sie zum Lachen zu bringen, um sie nicht ins Krankenhaus zu bringen. Also, hört auf damit, ihr feigen Schisser. ... ... ... ... ... Vielen Dank.